Hallo und willkommen zurück bei Journey of a Roach So, jetzt wollen wir mal weitergucken Ja, da war die Aschleisch Nee, das ist nicht so angucken Da sind die Fliegen Achso, da war das Ding Da sind wir da Na gut, dann werde ich jetzt einfach mal rumprobieren Da hab ich die Böde Jetzt kommt er wieder hin Muss man die durchsteigen, oder? Ja, unten Jungen, Junge, Junge Geh mal kurz nach hinten Hier ist der neue Ventilator Oh, die Fuhlen. Die Karte klaut das. Die Schokolade. Das ist von heute. Die Bogen gefallen. Ja, das können wir auch nicht schon. Kleiner Penis, Alter. Wo bin ich dran? Das will der dieser scheiß Piraten von mir. Ich habe eine Schokolade. Ich bin dran. Die Birne ist kaputt. Da muss ich die Birne hin. Da oben. Jetzt kommt die Sache ein bisschen näher. So. Da muss die Birne rein. So will der da drauf kommen. So. 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 Ja, 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 ja. Die wollen Schokolade, die Kollegen. Ich verstehe das nicht. Ich bin ja nicht blöde. Das ist ja genau, das ist ja eindeutig. Ich darf aber es auch nichts tun. Hey, Leute. Also eigentlich war ich es da. Oh, ich bin jetzt im Kotzen. Ach komm, der war doch da. Das ist ja scheiße, wenn ich... Das ist ja auch keine Anhaltspunkte. Der Lektor würde ich euch einfallen lassen. Hinten noch. Wie du ich da rankommst? Sehen wir die Lektor wieder an. Trinken oder was? Das ist ja auch nicht richtig. Das ist ja auch nicht richtig. Das ist ja auch nicht richtig. So. Ich will die Flasche in den Kopf werden. Natürlich. Kann ich ruhig noch irgendwohin holen? Diese Drücke ist wahrscheinlich falsch. Das ist ja die Spinnmama. Was ist denn hier? Und jetzt? Kannst du den Nebeningen, den Hasen? Den guten Hasen? Scheint nicht. Hä? Hä? Ja, was kommt? Hä? Hä? Misty Kack. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Hä? Das hätte ich nicht. Das würde ich jetzt mal betrinken, glaube ich schon mal richtig. er ist zu müde und was ist ja auch nicht wach auch kommen dieses glas und schweiß ja es leuchtet jetzt in klasse und ich zweimal oder schatz Da ist nichts an die Getränke. Vielleicht kann ich mit deinen Alten quatschen. Fliege du hoch. Da war er, da war er. Der war doch da. Ja Leute, ganz ehrlich. An der Stelle mache ich euch ja wieder einen Stopp. Ich muss jetzt mal gucken, bis es hier weiter geht. Jetzt können wir uns hier ein dumm und dämlich suchen. Das war es glaube ich auch nicht. Gucke mal. Was können wir denn bei mir mit diesem Stopp? Mist. Hier oben ist er auch nichts weiter. Doch halt. Ich kann doch hier rein. Das war es auch nicht Sinn der Lösung. Was ist denn mit diesem Topf? Eww. Ja, ich nehme dich auf. Wir sind doch ein Stück weit einkommen. Auch nur ein kleines Lippa. Was ist denn? Spinnen. Ach komm So Hallo es hat keinen sinn ich muss wirklich gucken zu werden wo man sich zuschauen und wir sagen zu einer weiteren folge oder einen display Tschüss, Leute.